Herzlich Willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute endlich mit UFC 257, Conor McGregor vs. Dustin Poirier im Main Event. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das bei YouTube hört oder natürlich auch ein Follow bei Spotify, Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das Ganze, kommen wir aber mal zum Thema. Gerade eben lief die Pressekonferenz und ich wollte unbedingt, bevor ich diese Podcast-Episode noch aufnehme, abwarten und schauen, wie die beiden sich verhalten werden. Und Mann, oh Mann, ich muss zugeben, ein bisschen hat diese Pressekonferenz tatsächlich meine Meinung geändert. Aber fangen wir erstmal weiter unten an bei den Prelims. Und zwar kämpft Nasrath Akparas gegen Arman Zaroukian. Darüber haben wir bereits im Reminder gesprochen. Genauso mit Ottman Azaitar vs. Matthew Wohler. Das aber auf der Main Card. Das heißt, Ottman Azaitar könnt ihr bei The Zone sehen. Und da wird es auch auf der We Love MMA Instagram-Seite den Link für einen Gratis-Monat geben. Und dann mache ich schon mal einen Sprung zum Co-Man-Event, einfach weil ich es gar nicht mehr erwarten kann. Wir haben im Co-Man-Event Dan Hooker vs. Michael Chandler. Und ich denke, dass Michael Chandler hier bei seinem UFC-Debüt schwere Karten hat. Ich denke, Dan Hooker wird gerne unterschätzt. Ja, er hat zuletzt gegen Dustin Poirier verloren in einem 5-Runden-Fight. In einem sehr, sehr guten 5-Runden-Fight von beiden Seiten. Nichtsdestotrotz hat Dan Hooker diesen Fight verloren. Ist aber immer noch ein wahnsinnig guter Kickboxer, ein wahnsinnig guter Striker. Dann haben wir auf der anderen Seite einen Michael Chandler. Der kommt von Bellator. Und Michael Chandler war auch bei Bellator Champion. Konnte auch sein Gürtel verteidigen und hat gute Kämpfe abgeliefert. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auch verstehen, dass es zwischen Bellator und der UFC einen Level-Unterschied gibt. Einen massiven Level-Unterschied. Klar gibt es diese Ausnahmen. Natürlich hat Bellator Kämpfer, die können auch ganz oben in der UFC mithalten. Gar keine Frage. Aber die Competition in den Titelverteidigungen von Michael Chandler ist nicht zu vergleichen mit der Competition einer UFC Top 5. So hart das auch klingen mag. Dementsprechend kann ich mir nicht vorstellen, dass Michael Chandler diesen Kampf gewinnen kann. Vielleicht, wenn er viel Druck macht und seine Takedowns findet. Er selber sagt ja, er kann Takedowns mit Schlägen kombinieren. Wenn er das schafft, dann kann ich mir vorstellen, dass er den Kampf vielleicht über die Distanz bringt. Das ist ja nur ein Drei-Runden-Fight. Ansonsten kann ich mir auch vorstellen, dass Dan Hooker Michael Chandler da in der ersten Runde schon finishen wird. Dann haben wir natürlich im Main Event. Und hier muss ich sagen, und hier spreche ich wieder die Pressekonferenz an, meine Güte, wie nervös war bitte Dustin Porrey. Dustin Porrey war ja mal richtig nervös. Und klar kann man sagen, hey, das ist normal und wir haben in der Vergangenheit oft gesagt, ach guck mal, der ist nervös und ach guck mal, Adesanya. Ich erinnere mich da ganz gerne an Adesanya gegen Paolo Costa. Wo man gesagt hatte, boah, so wie Adesanya aussieht, hat er richtig Angst vor Paolo Costa. Und dann hat man den Kampf gesehen und man fragt sich eigentlich, ob Paolo Costa überhaupt ein ernstzunehmender Gegner war. Das heißt, auf der einen Seite muss ich wirklich sagen, Porrey sah nicht gut aus. Porrey wirkte nervös, angespannt, ein bisschen versteift. McGregor auf der anderen Seite locker, wie man ihn kennt. McGregor auch nicht so angespannt wie bei der Habib-Pressekonferenz. Das sind nochmal zwei Welten. Man müsste sich wirklich mal den Vergleich anschauen zwischen dem Corner bei UFC 229 und dem Corner jetzt. Das sind wirklich, wirklich zwei Welten. Es kann gut sein, dass Dustin Porrey, ist der Kampf für ihn zu groß? Ich weiß nicht, war der Khabib-Fight für ihn zu groß? Er hat da ganz gut performt, finde ich. Ich denke nicht, dass Porrey gegen Khabib jetzt so schlecht war, wie manche behaupten. Er sah da relativ okay aus. Auch wenn er jede Runde verloren hat, aber das hat jeder. Außer Conor McGregor und Justin Gaethje. Gaethje hat offiziell eine Runde gewonnen und Conor hat eine Runde gewonnen. Auf den Punktzetteln. Aber nichtsdestotrotz, ja, das ist ein schwieriges Ding. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, beide sind gleich groß. Conor McGregor hat ein kleines bisschen mehr Reichweite. Beide sind gleich alt. Das heißt, beide haben auch bei den Treffern die gleichen Statistiken. Reden wir jetzt von Wirkungstreffern. Die beiden haben absolut die gleichen Statistiken. Fünf Wirkungstreffer pro Minute und was weiß ich. Das heißt, die beiden sind quasi die gleichen Kämpfer. Sie kämpfen ja sogar aus derselben Auslage. Beide kämpfen in derselben Stance. Und nichtsdestotrotz ist der Kampfstil der beiden unterschiedlich. Das eine ist die Theorie. Auf dem Papier sind die Statistiken so und so. Aber in der Praxis haben die beiden unterschiedliche Vorangehensweisen. Und Pori ist jemand, der macht gerne viel Druck, sehr viel Volumen. Und bringt sehr, sehr starke Japs auch. Das unterschätzen auch viele. Und McGregor, der schlägt präzise zu. Aber wenn er hochfährt, dann trifft er hart. Und dann trifft er schnell. Und dann trifft er seinen Gegner so, dass sein Gegner oft gerne mal zu Boden fällt. Mit Nate Diaz ist oft zu Boden gefallen. Eddie Alvarez mehrmals in diesen wahnsinnig guten Performances. Das heißt, wir haben einmal einen sehr, sehr präzisen Striker mit Conor McGregor, der sehr viel Power in seine Linke steckt. Und wir haben einen Striker, der über das Volumen geht. Er schlägt viel. Und klar kann Pori auch hart zuschlagen. Aber er überrollt seine Gegner gerne auch mal mit dem Druck. Wir haben das auch gegen einen Max Holloway gesehen. Wenn Pori da einmal loszündet, dann lässt er nur schwer nochmal von einem los. Und Pori vs. Holloway ist auch ein guter Fight, um ihn anzusprechen. Weil dort haben wir gesehen, dass Pori auch in der fünften Runde noch Luft hatte. McGregor hatte schon in der dritten Runde gegen Khabib keine Luft mehr. Oder halt nur noch ein ganz kleines bisschen. Das ist der größte Nachteil von einem Conor McGregor. Die Ausdauer. Wir wissen nicht, wie sich seine Ausdauer verbessert hat. 2018 war sie nicht so gut. Aber man kann auch dazu sagen, hier 2018, weißt du ja, da hatte er viel Proper 12 und seine Wehwehchen und MyFoodWose Balloon. Und wie ist es 2021? Tja, das werden wir sehen. 2020 haben wir ja nichts gesehen. Der Kampf ging nur 40 Sekunden. Da kannst du nicht sagen, wie viel Ausdauer ein McGregor hätte. Das ist das große Fragezeichen. Ich denke, Pori wird gefinished. Ich denke, Pori wird in der ersten Hälfte des Kampfes gefinished. Das heißt, vor der dritten Runde oder in der dritten Runde wird Pori gefinished. Aber vielleicht kann Pori diesen Sturm von McGregor überleben. Vielleicht überlebt er die harten Treffer eines McGregor. Geht dann auf die Distanz. Aber wenn, wenn wir hier von einer Decision reden, und McGregor sich die ersten Runden holt, dann muss Pori zum Schluss nochmal zünden. McGregor hat in der letzten Runde gegen Nadia es nochmal gezündet. Ja, ist auch ein bisschen weggerannt, so ist es nicht, aber nicht weggerannt, aber hat auch ein bisschen den Schlagabtausch gemieden. Aber McGregor hat zum Schluss dann nochmal losgelegt. Und ich denke auch, McGregor könnte jetzt zum Schluss nochmal loslegen. Poris Schlüssel zum Erfolg ist die Ausdauer. Und das muss er auch nutzen. Wenn Pori es schafft, seine Ausdauer zu nutzen und wenn Pori es schafft, relativ auf Distanz zu bleiben, in diesen entscheidenden Momenten zu zünden und McGregor sehr, sehr stark unter Druck zu setzen, dann kann er den Kampf über Decision machen. Ich denke nicht, dass Pori vorzeitig gewinnt und ich denke auch nicht, dass Conor über eine Decision gewinnt. Ich denke, dass entweder gewinnt Conor vorzeitig oder Pori über Decision, aber wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich auf einen vorzeitigen Win von Conor wetten. Mal schauen. McGregor macht einen sehr, sehr guten Eindruck auf der PK, also auf der Pressekonferenz, wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, Leute, ich danke euch fürs Zuhören. Ich bin mal auf eure Prognosen gespannt. Samstag auf Sonntag ab 4 Uhr live auf The Zone, Gratis-Monat gibt es bei WeLoveMMA in der Instagram-Story. Das heißt, folgt gerne bei Instagram, lasst einen Daumen nach oben da. Wir hören uns am Sonntagmorgen. Bis dahin. Ciao.